Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dreamfall, The Longest Journey. Und ja, wir sind wieder hier, wir sind jetzt wieder in Stark, beziehungsweise in unserer Welt. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken hier jetzt mal raus. Ja, gehst du rein oder nicht? Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich vielleicht mein Telefon rausholen und es benutzen? Anscheinend, ja. Oh, es ist mir. Ich habe dich jetzt schon seit ein paar Tagen telefoniert, aber du hast nicht aufgenommen. Und du hast keine von meinen Messungen geantwortet. Was ist passiert? Wo bist du? Bitte, kenne mich, als nächstes du das bekommst. Ich bin mir gefördert. Okay, bis zum nächsten Mal. Stimmt, da war ja was, auf dem habe ich ja auch komplett vergessen, meine Güte. Hallo Zoe. I'm sorry, aber ich bin jetzt weg von meinem Telefon. Leave mir ein Messungen, und ich werde wiederholen, als nächstes ich kann. Hey, Dad. Look, ich bin sorry für nicht wiederholen, dass ich dich wiederholen. Ich bin so lazy. All ich schaufe, und schaufe in der Haus. Big surprise, nicht? Ich hoffe, dass alles gut geht für dich in Bombay. Du musst mich nicht wiederholen, nicht nur, dass es wichtig ist. Ich bin perfekt gut. Sehr bored, aber gut. Oh, und nicht worry, ich habe nicht gesprochen mit Reza. Ich stehe aus Träumen. Ich versuche. Liebe dich. Tschüss. Ja, 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 wir wissen's. Und dann auch noch den Vater anlügen. Das ist das Baddorf. Ja. Damien hat mich so nett, mich hier in seinem Apartment zu bleiben. Ja, und was jetzt? Nochmal? Oh, hier. Es ist ein Messer von mir. Es muss von Damien sein. Ja, dann bitte. Ja, dann bitte. Zoe, ich hoffe, dass du diesen Messer bekommen hast. Ich musste schnell wegkommen. Der Worm war... Sie haben es gefunden. Und sie werden es zurückgelegt. Ich wollte dich nicht verlassen, aber ich hatte keine Wahl. Ich versuche dich aufzunehmen, aber du hast nicht reagiert. Die gute Nachricht ist, bevor sie es nahm, der Worm hat genug Daten für mich, um die Koordinaten zu bekommen, um die Koordinaten zu sprechen. Die Intrusion in Dream Corps originierte in Russland, gerade außerhalb von St. Petersburg. Ich habe dir die Koordinaten exakt, mit einer Karte. Wenn ich hier rauskomme, dann werde ich gehen. Wenn du da bist, dann werde ich da. Wenn du da bist, und ich hoffe, dass du da bist, dann werde ich sehr vorsichtig sein. Ich versuche dich zu kontaktieren, aber ich kann nichts sagen. Zoe, du musst weg, jetzt. Wenn sie herausfinden, wer die Worm geplant hat, dann werden sie jemanden in der Apartment zu bringen. Du musst, dass du weg bist. Der schnellste Weg nach St. Petersburg ist bei Scramjet. Oh, und da sind ein bisschen warm clothes in der Klauze. Okay, dann ins Bad rum. Ich habe nie gedacht, ich würde es sagen, aber ich denke, ich bin so krank, das zu sehen. Wow. Ja, ein bisschen hipster-mäßig. Ein bisschen faul unterwegs mit dieser. Und das muss ich sicher wieder rausschneiden. In der Musik, ich weiß es doch. Irgendeine Musik spinnt immer rum, wenn ich so hochklaue. Ist immer so. So. Das ist doch auch mal ein krasses Teil. Meine Güte. Ja, ja. Sieht aber cool aus, trotzdem für die Grafik. Und wahrscheinlich, weil auch das Hintergrundbild mehr oder weniger ein statisches Bild ist. Und fotografiert. Das ist irgendwie witzig. Das funktioniert. Okay. Was sind wir jetzt in St. Petersburg? Die nächste interessante Stadt. Also, wie war denn Marokko? In Japan? Und jetzt in Russland. Hm. Interessant. Okay, ich schätze mal, so will ich nicht reinkommen. Okay. Hier ist nichts zum Reingehen, also gehe ich mal hier rein. Okay. Frage ist jetzt, wie ich jetzt reinkomme hier. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel bald zu Ende ist. Keine Ahnung. Mal schauen. Okay. Wie komme ich jetzt rein? Das ist die Frage. Ist hier die Tür offen? Nee. Okay. Ich schaue mich hier mal um. Ich finde also auch nichts wirklich Wichtiges zu sein. Ach ja. Oh. Hm. Ah. Oh. Nicht schon wieder sowas. Oh Gott. Hm. Das wird schwierig, eigentlich jetzt mal. mal. So. Das passt hier mal. Dann. Brauche ich noch das von hier. Warte. Nochmal weg einfach. Hm. So. Das Teil. Das passt jetzt auch. Brauche ich das hier noch. Und was brauche ich denn noch mal? Das hier. Okay. Und das passt auch. Ist ja schön. Und da ist jetzt noch mal so ein schönes Puzzle. Meine Güte. Ähm. Dreieck. Hm. Wo bist du denn? Das hier. Ähm. Das Auge. Meine Güte. Und das Dreieck mit dem Kreis ist hier und irgendwas noch brauche ich das Ganze. Das hier. Meine Güte. Oh. Jetzt muss ich wieder das bekommen. Schnell. So jetzt aber. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe es nicht zu schlecht verletzt. Zumindest jetzt ist es in eine Position, um mir zu innen zu helfen. Ab. Ja gut, ne? Ich habe schon gedacht, das ist irgendwas nicht. Ich hoffe, ich habe es nicht zu schlecht verletzt. Zumindest jetzt ist es in eine Position, um mir zu innen zu helfen. Ja. Ah. So willst du das machen, Zoe. Okay. Oh. Ha. Das war jetzt nicht, dass es ich wollte. Ich wollte eher dann hier hoch, ne? Ich hoffe, ich habe es nicht zu schlecht verletzt. Das ist wahrscheinlich, wo sie die Produkte aufzutragen würden. Ich hoffe, ich habe es nicht zu schlecht verletzt. Zumindest jetzt ist es in eine Position, um mir zu helfen, zu innen zu helfen. Hm. Oh. Hier. Meine Güte. So habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe gedacht, es ist nur die Ecke hier. Aber auch, wie witzig das platziert, dass es sich da zufällig rein kann an dieser Stelle. Hm. Hm. Interessant. Na ja, muss ja auch sein so, ne? Okay. Ich schätze mal, ich gehe rauf, denn die Tür sieht auch zu aus. Aufs Dach also mal mit mir. Okay. Dann nach oben mit mir. Gut. Na, das dauert dann doch schon ein bisschen, bis ich hier oben bin. Hm. Warte, warte, warte. Da ist ja nicht mal ein Ladebildschirm. Ich hätte gedacht, hier oben gibt es ein Ladebildschirm. Aber anscheinend nicht. Oh, was sieht sie denn? Das ist jetzt nicht so super. Mit den Dingern haben wir doch schon Erfahrung. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist die größere Frage. Und die Frage ist auch, ob sie jetzt umdreht oder auch einfach nur im Kreis führt. Okay, es wird einfach nur im Kreis. Das ist gut. Ich gehe jetzt noch mal nach oben. Das ist auch gut. Okay, ich schätze mal, hier oben wird es noch mal so ein Überwachungsroboter geben. Schätze ich mal. Aber naja. Hier findet man nichts Großartiges zu sein. Hm. Ja, dann mach mal. In Zeitlupe, ja, Ben. Und das wird keiner mitbekommen. Cool. Glaub ich fast nicht. Aber es ist so. Okay. Ich warte, bis der passiert ist hier. Sind es welche gesehen? Na komm schon, gleich mal. Roboter. So. ein bisschen warten, 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 warten. Und jetzt. Müsste ich runter können, oder? Ja. Und falls ihr euch wundert, immer wenn Stellen fehlen von meiner Stimme, dann ist es der YouTube-Dingens-Bummens, was es rausschneidet, die Musik. Weil ich vorhin dann gar nicht weiß, was gut ist und was nicht. Ich hoffe, der findet mich hier jetzt nicht. Oh, ich hab gedacht, der geht da rein auch noch. Naja, gut. Und rein hier. Gut. Nächster Ladebildschirm. Ist hier wieder was? Ne, aber eine andere Musik. Okidoki. Hier wahrscheinlich mal nix machen zu müssen. Das ist ja auch sowas für absolut Frindelschweiger, genau. Schwindelfreier. Und wie kommt man hier eigentlich hoch? Gibt es hier irgendwie eine Leiter runter oder so? Ah, hier. Okay. Eine Treppe. Hier ist eine Leiter. Gut. Dann einfach mal runter. Hier ist eine Lagerhalle. Hier ist nicht irgendwie zufällig ein Robot oder sonstiges. Anscheinend nicht. Hier geht einfach eine Wand rein. Ohne irgendwas Großartiges. Hm. Okay. Ich schaue mal gleich da oben rein. Als erstes. Okay. 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 Hier ist also mal nix. Das kann sein. Das kann sein. Ja. Das stimmt wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal weiter. Hier scheint nämlich noch eine Tür zu sein. Und da hinten scheint auch noch was zu sein. Ich muss da runter, oder? Ist hier... da kann ich also nicht durch. It's a production line. It looks pretty old fashioned. Hm. Oh, was haben wir denn hier? Aha, hier oben habe ich das aktiviert. Also. Hm. Interessant. Interessant. Ich würde mal sagen... Ich schaue mir das mal an. So, sorry. Was haben wir denn hier? Uh, oh. Ein Kran. Okay. Okay. Ähm, ich bin verwirrt. Okay, das macht nix. Ich packe das wieder hoch. Weil es nur so geht. Und. Oh. So funktioniert das Ganze. Okay. Okay. Einmal noch. Ah. Okay. Sind wir hier richtig? Knob. Gut. Und jetzt runter. Ah, und hoch. Nee. Nochmal runter. Muss ich das jetzt irgendwie... Ich glaube, das muss ich befestigen. Okay. Okay. Dann mache ich das auch. Gut. Dann gehen wir mal ganz hinten. Und befestigen das, wenn das so funktioniert. Ja. Okay. Das funktioniert halt so. Okay. Gut. Dann. Nochmal. Einmal unnötig. Zurücklaufen. Hin und her laufen. Nochmal. Und dann müsste das eigentlich... ...gegessen sein. Das Ganze damit. Und... ...kann wir... ...gleich mal direkt... ...hier runter gehen. Oh yeah. Und es ist oben. Das heißt... ...wir müssten da jetzt eigentlich reinkommen. Hm. Interessant. Was wartet... ...dang wohl auf uns? Gute Frage. Gute, gute Frage. Okay. Hier ist tatsächlich was. Hier speichert das Spiel nochmal. What? Sind das nicht Bilder von dem Haus? Wow. Okay. Hier ist nichts drinnen. Hm. Okay. Da ist eine Stiege nach oben. Kommt da jetzt jemand drunter... ...weil du so hoch guckst? Hm. Spannung? Jumpscar näher. It's a card reader. Yep. Okay. Verpasse ich hier irgendwas? Hier verpasse ich tatsächlich was. Nimm es doch bitte. Small key. Uh. Vielleicht für... ...eine von denen. Bingo. Uh. Aha. Ich glaube wir können da hoch auch. Aber ich möchte erst mal... ...hier... ...rein. Aha. Moment doch. Kann ich hier... ...auch noch irgendwas mit dem... ...nexis-Curland machen? Anscheinend nicht. Okay. Dann gehe ich mal da rein. Ich hoffe dass da weiter nichts passiert. ...was ist passiert. Wer weiß. Okay. Hm. Hm. Schaut so aus. Gute Frage. Sie hatten diesen Patienten unter konstantem Observation. Aber für welche Grund? Gute Frage und vor allen Dingen, ob hier irgendwas drin ist, was ich mit dem... Oh, wir haben den Key natürlich nicht mehr. Alles klar. Können wir hier irgendwas machen mit dem Data Cube? Tatsächlich. Okay. Okay. Hm. Wir haben Probleme mit dem neuen Synth, aber... ... und die Morpheus-Injektion von Morpheus-Injektion hat den Subjekt eine gewisse Angelegenheit... ... und... ...zauber. Auf dem Rekord... ... ich muss sagen, dass ich einige Fehler gemacht habe, um jemanden zu durch diese Experimenten zu bringen. Obwohl, Jeeva hat sie für diesen Grund, und es ist nicht so, dass sie niemals ein Problem haben. Aber trotzdem. Hm. 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 Ja. Ja. Ich wünsche mir wirklich etwas, was ich tun kann. Die... ... die Subjekt... Ich hoffe, dass sie hier nicht mehr sterben. Faith ist... ... sie ist nur ein Kind. Und ich fühle mich auf die Verantwortung. Partlich auf die Verantwortung. Obwohl wir nur unsere Arbeit machen, aber... ... aber... ... aber... ... das stimmt. Ich gehe jetzt nach Hause. Dr. Grundal ist meine nächste Veranstaltung. Ich muss... ... um... ... um... ... um... ... um... ... um... ... Oktober? Was ist das? Oktober? Oh... ... was? ... November 3? Gott. Hm. Ja. 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 Ihr Konsole stopped working. Das ist... ... das ist wierde. 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 Was ist wierde? Ok. 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 Wir sind jetzt zurück. Wir sind... Wir sind gut. Das war wierde. Für einen Moment, ich dachte, ich sah... ... Oh, wierde. Ich glaube, wir... Ich glaube, wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren. Ich glaube, sie werden verloren. Sie ist weggezogen. Faith ist tot. Das Dosage... Ich glaube, wir... Ich glaube, sie ist tot. Kannst du, bitte... ... einfach... Bitte, bitte... ... verhörst du sie. Ich glaube, sie... ... ist tot, ich glaube, sie hat sie weggepulsiert. Geh! Hm. Das ist es. November 5th. Wir... äh, wir schlafen das Labor. Wir können nichts hinterlassen, oder jemanden könnte... Es ist wunderschön, aber ich... Ich habe sie gesehen, sie sterben. Ich sah sie... Wir lassen uns. Aber ich denke... Ich denke, dass etwas passiert. Ich bin nicht sicher, was passiert, aber etwas hat. Erstmal gab es diese... Stattik, überall, auf unseren Bildern. Es hat die meisten der Geräte für etwa 15 Sekunden. Und dann... Ich kann mich sagen, dass ich etwas gesehen habe. Nur für einen Moment. Ein fleißiger Moment. Ein... ähm... Ein Schädel. Ein Haus. Die Haus. Die Haus. Ich bin nicht zu sagen, was zu niemandem. Über die Experimenten. Über den Laben. Über... Über... ... was passiert. Aber ich lasse diese Crystalen. Ich lasse sie einfach... Ich lasse sie einfach... ... die Hände von ihr. Wie sie nie hier war. Wie sie nie hier war. Wie sie nie existierte. Sie ist besser als das. Sie ist besser als das. Sie ist zu erinnern. Sie ist eine Person. Eine Frau. Mhh... Ihr Name war Fath. Haah... Das ist Dr. Jeannine Park. Das ist's. Hm. O o kaaaay. Es ist also das kleine Märchen, das wir immer sehen. Haah... ich bin neugierig wie das hier weiter spielen wird dann gehen wir mal hier hoch ist hier noch irgendwas? ne ok ich bin neugierig wo es uns das hinführt ah ok hier geht es immer so runter ok naja was ist auf jeden fall nicht gut hm jetzt bin ich verwirrt das zuvor das ist ebenfalls nicht gut hm dann gehen wir mal ok wie kommen wir denn jetzt raus kommen wir hier durch und der taxifahrer ja da wird sich denken kommt einfach hier raus naja die haben sie auch nicht reinklitzend sind von dem her überdenken wir gehören hier auf das gelände mhm ok dann wieder zurück nach casabranca in nem augenzwinkern ok reversal ha gehen wir also nach hause anscheinend anscheinend und die schöne musik kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht laufen lassen hier legen wieder leute rum tja die musik wird wahrscheinlich auch gesperrt ist dann rede ich ein bisschen drüber ich schau mal was Liv macht oh die hat zu dann geh ja gerade zu dann geh ich mal hause würde ich sagen oder ich weiß es nicht das russ ist na dann geh ich mal rein ne so zu hause zuhause und nen anruf dad my god sorry you have not been an easy person to get hold of where have you been home casablanca around sorry I didn't think you be so worried 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 well that's an understatement you don't have to lie anymore I know you haven't been home ok what do you mean of course I've been after our last conversation I logged into the house and spoke with wonkers he told me you haven't been home for at least a week dad what I don't get is why you had to lie to me dad it's a long story I had to go away for a little while so where have you been I'm not doing this over the phone I'm home again I'm home again now ask wonkers if you want to hell check the cameras if you don't believe me I don't know what to believe was it Reza yes no I had to help him but that wasn't the only thing that I don't think we should talk about this over the phone when are you coming back I'm still stuck out here another couple of days at the very least look I'm sorry for lying to you but I have my reasons I didn't want you to worry well that backfired I know but you don't have to worry about me anymore I'm back and I'm staying put I'll tell you everything when you get home okay okay I'll try to speed things up at my end but no no it's fine don't worry about it just come home when you can alright take care I'll call you tomorrow and try to stay out of trouble yeah bye bye that will be difficult again because Zoe would be afraid and again the music the bad that I have to cut away probably maybe maybe but not let's see who knows who knows and Zoe would be motivationless and Zoe would be motivationless and I can't would have to be where they come from and do it 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 and I know it's much more time so because hello Zoe it's good to see you again are you crying hey Nein, nein, ich bin einfach... Ja, ich bin schreit. Oh, ich verstehe. Warum? Weil ich schrecklich bin. Du gehst oder gehst du wieder zurück? Ich bin definitiv gehst. Good, das macht mich glücklich. Ich mag es, wenn du hier bist. By the way, du hast einen Besucher, Zoe. Oh, oh. Ja, sie fragte mich Fragen. Welche Fragen? Die schwierigste. Die schwierigste, die ich nicht anspricht. Über dich und über dein Vater. Wo ist sie jetzt? Sie ist draußen. Sie wollte sehen die Sicht. Ich sagte ihr, sie sollte warten für dich, aber sie hat mich nicht gehört. Hallo, Zoe. Was? Was machst du hier? Ich kam mit dir zu sprechen. Du hast einen sehr langen Weg. Ich bin glücklich, dass du es endlich zurückkriegst. Wie warst du... Du? Ich habe überrascht über die Welt, aber es kommt alles zurück zu dir. Faith, sie war dein Experiment. Jeeva's Experiment. Sie ist. Ich meine... Sie war. Sie war. Aber wir waren nicht diejenigen, die sie in was sie ist heute. Das war Watticorp. Das war Pete's. Ich wollte Faith, die ihr Leben in peace mit einer Foster-Familie. Sie hat nicht lange. Und sie hat schon genug gemacht. Aber Watticorp hatte andere Pläne. Sie brauchten ein besonderes Human-Subjekt. Sie brauchten ihre Drugs Morpheus mit Dreamnet. Also haben sie die Faith weggebracht. Ich weiß. Sie hat sie durch die Hölle durchgeführt. Ich wollte das nie. Du hast keine Entschuldigung. Sie war deine Kreation. Sie war deine Verantwortung. Fair genug. Sie haben eine Entschuldigung. Sie haben eine Entschuldigung gemacht. Aber Watticorp hat uns. Wir müssen uns nicht sagen. Sie sagen mir nichts. Ich weiß nicht. Warum bist du hier? Hast du die Augen mit dir? Die Twins? Gehen Sie. Gehen Sie. Ich bin zu schwer. Ich bin hier für deine Hilfe. Meine... Hilfe? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich will die Watticorp von Verlust der Dreamer. Und ich will die Stattik von weiterentwickeln. Ich will die Stattik von weiterentwickeln. Sie können mich verletzieren und unabhängig. Aber ich bin einfach pragmatisch. Es gibt nichts von Watties zu erreichen, mit ihren Plänen. Oder die Stattik von einem anderen Verlust. Und ich habe auch... Persönliche Gründe für mich zu stoppen Pete. Er hat bereits sehr viel Schmerz. Und er wird nicht verletzieren. Wenn seine Plänen erleden werden. Was machte du denken, dass ich dich mit dir helfen werde? Ich bin nicht erwartet, dass du mir helfen kannst. Aber du wirst dir helfen, Faith. Du wirst sie nicht mehr verletzieren. Und du wirst du Watticorp. Watticorp. Auch wenn sie nicht töten deine Freundin. Wie wirst du all das wissen? Ich habe eine Bucke auf dich auf dich, wenn wir zuerst treffen, Zoey. Sie hat mir die Daten an regelmäßig. Ich habe alles gehört. Watticorp. Ich weiß alles, was passiert ist. Ich habe dich mit dem Weg geholfen. Und jetzt, du wirst mir helfen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, du wirst zu helfen, Faith. Die einzige Möglichkeit, du wirst zu retten Reza. Und zu retten Watticorp. Es ist so einfach wie das. Wie kann ich helfen, Faith? Sie ist bereits tot, nicht wahr? Ja und nein. Ich kann es nicht erklären, aber du hast es selbst gesehen, Zoey. Sie ist in den Netzwerkern. In Dreamnet. Auf dem Wire. Hm. Und sie ist so schwer. Aber du kannst sie helfen, Zoey. Wenn ich das mache, ich will nicht mit Wattie oder mit Pete. Du musst dich auch beantworten sein. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Die Moment, die Eye findet mich, ich bin tot. Wattie nicht möchte, dass ich mich überlegen, zu sagen, was ich weiß. Wenn das nicht accountability ist, ich weiß, was ist. Und jetzt, all I will, all I want is revenge for what they've done to me and my company. If it means losing everything, so be it. So what is it you want me to do? You need to go into Dreamnet and convince Faith to let go. Once that happens, the network will shut down. And Angana, Dream Corps, will disconnect from the wire. Convince Faith to... How do I do that? And why me? Because you have a connection with her. I don't know what it is. You seem to share some of her more esoteric, genetic qualities. And she's taken a shine to you. Besides, no one else has been able to find out where in the network Faith or her residue, her memories reside. I've tried, but it's like she's not actually in there. You on the other hand have met her. Several times. She's reaching out to you. She needs you. And to help her, you must first help me. How? I've brought a dreamer. You go inside. Talk to Faith. Find a way to make her let go. Whatever she's become, a virus, a ghost in the machine, only she can stop this. If she keeps holding on, if her influence keeps spreading across the wire, it will eventually shut down completely. We're talking days. Maybe less than that. If she can do that, what is she? I don't know. Like I said, a ghost in the machine. Her body is gone, but her mind. They pumped her full of Morpheus. They murdered her with an overdose. Who knows? Maybe there is something as banal as an immortal soul. And that's what's left of her. She died while she was inside Dream Net, dreaming a very, very powerful dream. Maybe she's still in that dream, and that's what's spreading across the wire. Whatever the answer, it doesn't matter. The fact is that Faith is in there somehow, inside Dream Net, inside Angana. And she needs to leave. You're saying she needs to die? She's already dead, Zoe. That's a fact. Whatever's left of her isn't happy in there. She needs to... Shut down. Move on. Whatever you want to call it. And you expect me to ask her to let go? To die? Yes. Because it's the right thing to do. Listen to me. We're running out of time. I need you to make a choice. Either you do this, or I leave, and you never see me again. If that happens, the wire will break down, causing untold damage. Wadi Corp. may still succeed in releasing the dreamer, and Pete's plans could still come to fruition. Who is the greater evil here? Him. One. I think you're despicable. You used an innocent person as a test subject. You made her, and then you discarded her. And for what? To research dreams? Still, I won't let the bad guys win. I've come this far, and I'm going all the way. Someone told me not long ago that I lack commitment. Well? Connect me to the dreamer. Zoe Zoe Zoe. I'm going to give you a highly concentrated dose of Morpheus. More than what you've received before. It won't harm you. But it will allow you to control your environment. That way, Faith won't be able to push you out again. What do I tell her? How do I make her let go? I don't know. You have to figure that out on your own. This is unknown territory. Are you ready? I'm ready. Good luck. Okay. Mal schauen, was jetzt passiert, würde ich sagen, ne? Good night, Zoe. Ich bin neuer wie der Dreamer dann am 21. Oktober. Uh, falls wir das dann schon sehen. Okay, wir sind in der Traumwelt. Zoe? Nein. Das glaube ich dir. Aber wir sind wieder hier, wo wir sind. Oh, man. The longest journey. Sind wir im Final-Kapitel? Ich weiß es nicht. Falls es die letzte Folge ist, werde ich die mit der Folgen zusammenschneiden. Wenn das nicht mehr lange andauert. Aber das Haus öffnet sich wie im Labor. Hm. Und da oben ist Faith. Okay. Das ist... Hm. Hallo? Aber wir sind nur in ihrer Unterwäsche. Das ist... Nein. Unnötig. Aber okay. Du musst dir Faith sein. Ich bin Zoe. Ich weiß. Was machst du? Spiel. Ich sehe. Was spielst du? Ein Spiel. Wirklich? Kann ich auch spielen? Vielleicht. Okay. Du hast mir helfen, hast du Faith? The White Lady told me to. Oh. What did the White Lady say? Best White Lady. She said to talk to you. Did she tell you that I had to save April Ryan? Yes. What does the White Lady look like? She's all right. When did you last see her? When did you last see her? She was here. Just before you. Hmm. She was? Yes. What did she say? She said it's all fine. She said you did good. She said you saved April. That's what she said? That I saved April? Hmm. Yes. Oh, she's still dead. You know I've been looking for you, don't you? Oder? Yes. Why me? Why did you talk to me, Faith? Because you're like me. Like you? How? You dream like me. You mean, dream things true? Yes. You're my sister. I'm... What? Your sister? Yes. What? You're my big sister. You mean because of the way we dream? No, because we're sisters. For real. What? Faith, this is very important. What makes you think we're sisters? I just know. And the White Lady says so too. You have the same mother. Is it right? Oh, I do. Faith, I'm sorry, but that's not possible. My mother died long before you were born. Hmm, hmm. No. Our mother isn't dead. And we are sisters. That's... That's impossible. It's true. I know. I'm not lying. I believe you, Faith. Okay? I do believe you. It's just... I thought my mother was dead. Do you remember your mother? No, I don't know. And I don't want to talk about that. Let's talk about something else. Hmm. Hmm. Why are you here? Because I don't have anywhere else to go. You can't stay here. You're hurting the world. I know. That's what the White Lady said. But I don't know where to go. And... And... And I'm scared, Zoe. I know. I would be too. But sometimes... We have to let go. Sometimes we just have to trust that things will be okay. Sometimes... We just have to have... Faith... You're not supposed to be here anymore. You're supposed to be... To be gone. I'm supposed to be... Dead. No. You're not suppo... Yes. Yes, Faith. You're supposed to be dead. I know. But I don't want to go. I'll be alone. Maybe. Maybe not. But I can't promise you anything. But I believe there's something better waiting for you. I have faith. And I can promise you that I'll stay here as long as you need me to. You'll stay with me? I will. You won't have to be alone anymore. Okay. Hm. Okay. Is this all so on you? Hm. It's becoming crazy. It's always more questions. Hm. And they live in a puppy house. Hm. What will happen? If the questions are still on you? I'm getting sleepy, Zoe. It's okay, sweetie. You can go to sleep. I'm getting cold, too. Come here. Hm. Hmm. 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 Und sie ist futsch. Was es da mit auf hat? Ist es wirklich gegangen? Und wo kommen wir jetzt hin, wenn die Welt nicht mehr existiert, diese hier? Ich nehme mal an, wir sehen es gleich. Schätze ich mal. Okay. Tja. Diese Welt scheint jetzt zu verschwinden. Ist damit das Problem gelöst mit dem Dreamer? Wir werden es gleich erfahren. Werden wir doch, oder? Ladebildschirm. Oh, wir sind wieder... Die Szene bei Pete. Okay. Mal schauen, bei dem guten Monster. Meine Güte, ich freue mich auch schon, den gut auflösen zu sehen. Oh, gut. Das wäre so schön, oder? Sam! Sam! Ist das du? Oh, du musst mir helfen. Es ist nur die Schmerzen. Sie haben meine Augen, meine Augen. Er hat die Welt entfernt von mir. Es ist nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Du bist da? Ich brauche meine Schmerzen zurück. Entschuldige mich! Entschuldige mich! Entschuldige mich! Pets? Papa kann dich nicht hören. Und er kann dich nicht sprechen. Oh, Pets. Pets. Wo haben sie hier? Oder was tun die im Dünne Zahn? Oooooookay. Haaa. Dann... ...hat sich das wohl mit Pizza auch erledigt. Das ist nicht gut. Goodbye. Du bist wirklich eine sehr schöne Frau. So wie dein Vater. Ich dachte nie, ich würde dich wieder sehen. Was? Was? Und ich wünsche mir, dass es so nicht enden muss. Also stimmt, dass es Faith gesagt hat. Ooooooh. Ist sie schlafen? Sie ist. Ich bleibe hier und sie übersehen. Du solltest. 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 Also ist sie wohl über... ...unsere Mutter. Hm. Dreamfall. So, da ist es. Meine Geschichte. Das letzte Kapitel. Ich meine, es ist richtig. Es ist unglaublich, ich weiß. Es gibt wirklich ein Jedesなん zu mir. Ich schaue mich. Aber es ist jetzt passiert. Es ist passiert. Alles. Ich zeige,PRES. Ich schaue. Die Statik ist weg. Things sind zurück der Normal. Alles sollte gut sein. Aber es ist nicht. All." Das macht es. Der Kerler hat sich durchsatsen. Sie können es noch versuchen. Sie könnten es wiederholfen. Wenn das passiert... Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier bin, oder wie lange ich werde, aber nichts mehr kann ich jetzt machen. Meine Geschichte hat sich erzählt. Der Zukunft ist aus meiner Hand. Und in yours. Du musst etwas machen. Du musst meine Geschichte erzählen, bis die Worten ist raus. Bis jeder weiß, was passiert. Wenn du nicht... Ich bin schnell weggekommen, aber ich bin nicht Angst. Wenn die Todes der Ende ist, dann weiß ich, dass unsere Träume hinterlassen. Also, wer du bist, was du planst, du hast Glück. Ich bin sicher, dass du es brauchst. Ich hoffe, dass meine Geschichte gehört. Ich fühle mich wirklich dumm, wenn ich herauskomme, dass ich mir selbst über diese ganze Zeit gesprochen habe. Rosa? Was? Was? Oh, mein Gott. Wie ist sie? Nee, sie ist weg. Nee. Ah. Was zum Teufel? Oh, shit. Hm. Goodbye. Hm. Was zum Teufel? Das ist mal... Hm. Oh, okay. Bin ich jetzt tot? Oder bin ich wieder in einer Welt gelandert? Okay. Welcome to the Storytime, Zoe. Hm. Hello. Ja, ich habe... Ich habe mich wieder in einer Welt gelandert. Oh, das ist halt so. Ah. Ich bin echt mal. Ich bin jetzt nicht�가st. Ich bin jetzt nicht klar. Ja. Jemand andere hat mir das gesagt. Ist das gut? Es ist. Und es ist nicht. Es gibt nichts gut oder schlechtes über ihn. Wie die Sternen auf und die Steine below. Es ist einfach. Oh, also wo sind wir wieder? In der Geschichte. Das ist wo die Geschichte erzählen. Die Geschichte, die kreieren den Himmel und den Boden. Und alles, was in zwischen. Du siehst, Zoe? Dieser Universum und alles in es ist wie ein immer noch ein Buch. Mit vielen Geschichte. Das ist unglaublich. Kannst du mir eine von diesen Geschichte erzählen? Ich könnte, aber nicht jetzt. Es gibt keine Zeit. Wir müssen nachdenken, bevor es zu late ist. Du bist hier, um mir eine Geschichte erzählen. Ich bin. Du bist. Ich verstehe. Was ist passiert? Warum müssen wir nachdenken? Weil das Undreemung ist Unchained. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt gut. Also, woher ich beginne? Am Anfang, Zoe. Am Anfang? Es wird eine lange Geschichte sein. Das ist gut. Okay. Mein Name ist Zoe Castillo. Und ich denke, ich könnte tot sein. Aber ich bin nicht sicher. Mein Vater Name ist Gabriel. Und so hören wir auf, wo alles gestartet hat. Anscheinend. Der dritte Teil soll ja direkt anknüpfen ans Ende der Story hier. Drei Monate später. Oh Gott. Oh Gott. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Diane. Es hat sich ein ziemlich schrecklich gehalten für Monate. Aber heute, Wattecore. Es hat sich endlich ausgesprochen, ein neues Produkt zu erwähnen. Dreamtime. Fans haben sich in den Städten vor einem Wochenende vor Ort. In preparation für was sie sagen, das erste größte Event in der Geschichte gesammelt. Wow. Wenn du nicht hier nicht warst, Ryan, Ich bin sicher, dass du da draußen mit dem resten. Ha 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 ha! Du wirst du, Diane! Wattikor hat noch zu zeigen, was Dreamtime ist alles, außer dass es bereit ist, um den Gesicht der Untertitel für immer wieder. Warum haben die Ruhmungen gesagt, dass Dreamtime wird die Menschen zu dreamen luchte Tränen über alles, was sie wollen? Ist das nicht so, Ryan? Modernes Technologien. Oh, du musst es lieben. Du musst es lieben, Diane. Oh, damn. Ah. Noch mal ein Arcadian. Und der Tower. Ist auch schon mal besser aus. Beziehungsweise das Wetter dort. Okay. Dann war's das wohl wahrscheinlich. Okay. Gut. Dann werde ich wohl, da ich das nicht überspringen kann, würde ich wohl sagen, Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn das, wenn der dritte Teil dieses Spiels rauskommt. Am 21. oder 22. Oktober. Oder am 21. Oktober späten Abends. Beziehungsweise am 22. Oktober 19 Uhr. Seid dabei. Und bis dorthin. Spielt schon brav weiter. Beziehungsweise. 1, 2, 3. 2, 3 ... 2, 4. 2, 3 ...